Ja, wir müssen reden, wir müssen reden über den deutschen Aktienindex oder über die US-Indizes, irgendwie über beide und damit herzlich willkommen zum heutigen DAX am Mittag. Ich wollte schon sagen, Markt von 9, nein, da wäre noch fast was Altes durchgerutscht, nein, DAX am Mittag. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr dabei seid, wie immer ist das Video keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und natürlich spiegelt dieses Video auch nur meine Meinung wieder. Ja, wie sieht es aus mit dem deutschen Aktienindex? Warum müssen wir über diesen reden? Und ich würde sagen, da quatsche ich mal gar nicht lange rum, sondern ich nehme euch mal gleich mit an den Bildschirm, ans Terminal und wir schauen uns gleich an, was der für mich entscheidende Punkt ist und das ist die Grafik hier unten links oder in der Mitte links. Wow, was für eine Underperformance im deutschen Aktienindex über die letzten Wochen, muss man ganz klar sagen. Wir haben einen deutschen Aktienindex, der mittlerweile auch deutlich hinter dem Dow Jones Index hinterher hinkt und natürlich ganz massiv hinter dem NASDAQ 100 oder dem S&P 500. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage. Warum? Ganz einfach, relative Schwäche, eine, ich sage mal, auseinanderlaufende Indizes, da stellt sich natürlich die Frage, wie gleichen sich diese wieder an? Temporär kann das Auseinanderdriften immer auch eine gewisse Weile anhalten, aber im längeren Kontext gleicht sich das immer wieder mal an. Und das ist natürlich jetzt die Frage, kommt der US-Markt zurück oder aber zieht der deutsche Aktienindex an? Und logischerweise die Antwort auf diese Frage, die haben wir natürlich jetzt nicht hundertprozentig parat, aber ich möchte euch mal meine Gedanken dazu im Grunde kurz erklären. Gerade wenn ich mir anschaue, wie sieht es aus, auch der deutsche Aktienindex im Vergleich zum S&P 500, äh nicht zum S&P, sondern zum Dow Jones Index, das ist die Rotlinie, dann fällt auf, dass die Diskrepanz zwar da ist, aber nicht ganz so extrem ist. Und da könnte es im Grunde ein Auseinanderlaufen, äh aufeinander zulaufen, geben. Auf relativ kurzfristiger Ebene, sprich die US-Märkte, die bleiben ein bisschen stehen, der Dow Jones bleibt ein bisschen stehen, kommt vielleicht leicht zurück und der deutsche Aktienindex kann sich ein bisschen stabilisieren. Das passt ja auch, gerade auch mit Blick auf meine Verfallsgeschichte, morgen etc. ganz gut ins Bild. Mit Blick auf die großen Indizes vom S&P 500 oder natürlich auch den Nasdaq 100. Da ergibt sich in meinen Augen ein leicht anderes Bild, weil hier haben wir ja mittlerweile Diskrepanzen von, ja in diesem Falle 7% oder sogar fast 10%, was schon wirklich eine extrem hohe Hausnummer ist. Da müsste man ja jetzt sagen, okay, dann hat der Nasdaq natürlich ein gewisses Korrekturpotenzial oder der deutsche Aktienindex, so richtiges Aufholpotenzial. Und da habe ich meine Zweifel. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass diese Diskrepanz momentan etwas mit der Marktstruktur als solches zu tun hat und mit der Tatsache, dass die US-Werte, die US-Indizes vor allen Dingen von den großen Technologiewerten, von KI und Co. getrieben werden. Microsoft, Nvidia und so weiter und so fort. Und dass deswegen die Diskrepanz so groß ist, weil der Dow Jones selbst zieht ja gegenüber den beiden anderen Indizes auch schon nicht mehr mit. Und der deutsche Aktienindex, gut, wir haben halt keine Microsoft oder Nvidia oder andere KI-Highflyer im Index selbst drinne und haben da natürlich dann auch nochmal das, ich sag mal, die Underperformance gegenüber diesen großen Indizes. Und deswegen würde ich hier dem deutschen Aktienindex ja eine gewisse Erholungschancen, eine gewisse Angleichungschancen im Grunde, ja zugestehen. Aber ich wäre sehr vorsichtig mit dem, mit der Aussage, das wird sich wieder angleichen oder die US-Indizes müssen fallen. Das kann tatsächlich aufgrund der Marktstruktur noch ein bisschen anhalten und ein bisschen schwierig werden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und dann wandern wir kurz nochmal zu den US-Indizes rüber, bevor wir uns dann das Intradetreiben anschauen im DAX, ist natürlich das Ganze auch eine relative Gefahr für die US-Märkte. Wenn die ganze Rallye nur von wenigen Aktien getrieben wird, klar, der Index selbst, der pusht natürlich nach oben, aber das kann auch noch anhalten, aber man muss dann fairerweise sagen, der Index spiegelt dann nicht mehr unbedingt die wirkliche, ich sag mal, Leistung des Aktienmarktes wieder, sondern ist einfach zu stark geklustert, zu stark, äh, zu starke Klumpenbildung bei der KI. Und das ist sicherlich dann, ja, dann hat so ein bisschen der Index auch seinen eigentlichen Nutzen etwas verwirkt, nämlich dass er doch das breite Spektrum, gerade der S&P 500, das breite Spektrum der Aktien widerspiegeln sollte. Und das ist so eine gewisse Gefahr. Das heißt nicht unbedingt, dass die Aktienkurse zurückkommen müssen, dass die Indexkurse zurückkommen müssen, sondern es ist eher so die Gefahr, dass man sagt, ah, alles ist grün, total bullish und dann findet man irgendwie Einzelaktien aus dem S&P oder aus dem NASDAQ 100, die eben nichts mit KI zu tun hat, die auf Tiefs stehen und fängt an, die zu kaufen, weil man ja denkt, das gesamte Umfeld ist sehr bullish und das kann halt dann auch über diese Schiene zu einigen Fehlentwicklungen kommen. Also, ähm, ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, wie die Kurse hier zuletzt auseinandergelaufen sind. Ähm, meine Begründung habe ich euch hoffentlich ein bisschen näher bringen können, aber gehen wir mal auf den deutschen Aktienindex ein. Ähm, wie sieht es da aus? Relativ simpel. Wir schauen mal auf den Future und auf die Kurse hier und die Möglichkeiten hier. Ähm, der Markt selbst, ich hatte jetzt in den letzten Tagen immer davon, bin ich davon ausgegangen, dass die Marktteilnehmer tendenziell noch, ja, ich sag mal noch, ähm, die Privaten vor allen Dingen noch long orientiert sind. Das war jetzt die letzten ein, zwei Tage, bin ich mir nicht ganz so sicher gewesen, wie viel von den Long-Positionen schon aufgelöst worden sind. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, wie ich das Eulwag-Sentiment interpretiere. Wenn nicht, schaut es euch auf alle Fälle an, äh, auf unserem Kanal. Ich kann es am Ende des Videos auch nochmal verlinken. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, da hat sich jetzt so die letzten, ähm, also gerade auch gestern und heute, war ich mir nicht ganz so sicher, wie groß die Positionen noch sind. Ich glaube, sie sind noch da, aber sie sind vielleicht nicht mehr so groß. Ähm, das hat mich heute dann noch so ein bisschen, naja, äh, die Interpretationen des Sentiments haben mich da so ein bisschen in die, in Anführungsstrichen, irre geführt, äh, zumindestens kurzfristig, weil es sieht momentan danach aus, das Sentiment ist relativ bärisch gewesen heute. Das heißt, die Privaten sind schon wieder am, ich nenne es jetzt mal am Handeln von Short-Produkten. Entweder, weil man Long-Positionen auflöst oder aber, weil man Short-Positionen aufbaut. Letzteres kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Dafür müssten die, die, äh, ganzen Bullen der letzten Tage schon rausgedrängt worden sein. Das halte ich noch nicht wirklich für hundertprozentig möglich. Äh, und dazu passt auch nicht, dass der Markt heute tendenziell, äh, steigen kann. Also ich würde weiterhin davon ausgehen, dass die, das Short-Sentiment dazu gedacht ist, um Long-Positionen, die mittlerweile starke Minus sind, zu schließen. Und damit wird natürlich dann eben auch, ja, zumindest zum heutigen Zeitpunkt, äh, die Möglichkeit, ähm, ja, im Grunde ein wenig beraubt, dort massiv, äh, ja, Long- beziehungsweise Short zu gehen. Äh, wie sehe ich den Markt jetzt? Also, ich muss es mal kurz zusammenfassen, kurz auch für mich ordnen. Der Markt ist in der Korrektur, ist in einer Erholung. Und da hat mir heute vor allen Dingen die Unterseite nicht ganz so gut gefallen, sondern ich bin eher auf der Erholungsseite unterwegs gewesen. Das hat sich dann auch ganz gut gezeigt. Aber eben, ihr seht es auch gerade, wir sind im Future, äh, vor einigen Minuten auch nochmal ganz knapp am Tageshoch vorbeigeschrammt. Und damit ist das hier noch nicht in Sack und Tüten, dass wir den Bereich zum Beispiel 18.300 Punkte, 18.300, also diese Widerstandszone, die im DAX jetzt im Grunde analog ist, dass wir diese Widerstandszone erreichen. Meine Fazit für heute, auch aus der heutigen Morgenanalyse, war relativ simpel. Wir haben verschiedenste Long-Bereiche, die ich nutzen wollen würde. Das eine war tatsächlich der Bereich aus dem Open heraus. Der ist in meinen Augen ganz gut gelaufen. Das ging ja relativ direkt nach oben. Wenn wir uns jetzt hier auch tendenziell auf dem aktuellen Niveau noch halten, kann man hier nochmal eine Etage höher laufen in Richtung dieser 18.300. Da wird's aber dann wahrscheinlich auch erst, ähm, ja, wird man vielleicht auch erst mit den Amerikanern ein bisschen Druck machen. Und, äh, bis dahin ist so ein bisschen Tauziehen zwischen circa 18.220 und 18.130 Punkten angesagt. Man kann oben das, äh, bisschen die Range vermessen und unten vermessen. Schwieriger wird's für mich auf der Short-Seite aus prozyklischer Sicht. Wenn wir die untere, also die heutige Zwischenrange nach unten verlassen, dann könnte man nochmal die gestrigen Tiefs anlaufen. Eventuell dann sogar, wenn da ein bisschen Dynamik aufkommt in Richtung der bisherigen Korrekturtiefs laufen. Da muss man aber ganz klar sagen, das wäre dann Phase 2. Die erste Phase ist erstmal überhaupt das gestrige Tagestief zu unterschreiten und das nachhaltig. Und die zweite Short-Variante, die ich habe, äh, die wäre für mich jetzt eben auf der, ich sag mal, antizyklischen Seite im Bereich von 18.3, 18.350. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, äh, und, ähm, damit habe ich, denke ich, die Zonen für heute relativ gut beschrieben. Man kann wieder mal das typische Spiel spielen, unten Long, oben Short, nutzt dann die kurzfristigen Intradie-Unterstützungen, die habe ich ja schon eingezeichnet jetzt, und kann da eben nach entsprechenden kleinen Bodenformationen und Co. Ausschau halten. Große Trends, große Dynamiken würde ich heute tendenziell weder Long noch Short erwarten und habe aber insgesamt einen leichten Bias auf der Long-Seite, also auf der Erholungsseite, vor allen Dingen, solange wir die Unterstützungen hier bei 18.130 Punkten halten, beziehungsweise auch das heutige Schrägstrich gestrige Tagestief halten. Ja, soweit erst einmal dazu, soweit meine Meinung. Heute ist es immer noch nicht der unbedingt schönste Markt, weil wir einfach die ganze Woche bis dato nicht wirklich gute Dynamik haben, keine schönen Trendbewegungen. Ist eher so ein Zwei-Wege-Markt, also Zwei-Wege-Action klingt immer blöd, aber es ist tatsächlich so oben Short, unten Long, das meine ich mit Zwei-Wege-Action, man hangelt sich wirklich von der einen Marke zur nächsten und dann wieder zurück. Zeigt auch tendenziell, dass eher sehr viele kurzfristige Marktteilnehmer orientiert, also kurzfristig orientierte Marktteilnehmer unterwegs sind, die auch die technischen, ich sag mal, Gegebenheiten ein wenig genauer wahrnehmen. Große Orders, die überlaufen normalerweise, gerade Unterstützungen und Widerstände, die werden dann meistens durchbrochen. Das haben wir momentan nicht, das ist schon recht markentreu, was für mich dann auch so ein bisschen Anzeichen dafür ist, dass jetzt nicht das ganz große Geld in ganz große Positionen reingeht. Unabhängig davon, ich drücke euch natürlich bei euren Positionen wie immer die Daumen, wünsche euch da gutes Gelingen und viel Erfolg.